Das Gesamtziel, ich meine, ist natürlich, wir wollen eine poppige Gruppe sein, die einfach natürlich irgendwie sowas hat wie, ich sag mal, so ABBA-mäßig. Ich stelle mir eben vor, dass wir ganz tolle Popsongs machen werden in Zukunft, dass wir ganz tolle Melodien schreiben und dass wir natürlich hoffentlich jetzt dieses Mal zehn Jahre noch erfolgreich sein werden. ABBA-mäßig meint erfolgreich. Frauen sollen unser schönstes Männer-Duo nie mehr trennen. Für Frauen ist bei Modern Talking kein Platz mehr. Sie dürfen bestenfalls noch in den Videos tanzen. Molen und Anders sind entspannter als vor zehn Jahren. Aber eins ist jetzt schon sicher, auch diesmal werden sie Deutschland spalten in Fans und Feinde.